Nachdenkseiten Die kritische Website In der Ukraine wimmelt es nur so vor CIA und Co. Die zuvor undenkbare Vorstellung, die USA könnten sich im Krieg mit Russland befinden, ist ganz allmählich normalisiert worden. Man erhitzt das Wasser so langsam, dass der Frosch nicht merkt, dass er bei lebendigem Leibe gekocht wird. Das meint die Journalistin Caitlin Johnstone. Susanne Hoffmann hat den Text aus dem Englischen für die Nachdenkseiten übersetzt. Die New York Times berichtet, dass die Ukraine vor Spezialkräften und Spionen aus den USA und von ihren Verbündeten nur so wimmelt. Das widerspricht früheren Berichten, wonach das US-Geheimdienstkartell offenbar Schwierigkeiten hat, an Informationen darüber zu kommen, was sich in der Ukraine tatsächlich abspielt. Träfe dies zu, wäre das der letzte Sargnagel für die Behauptung, dass dies kein US-Stellvertreterkrieg ist. In einem Artikel mit der Überschrift Kommando Network coordinates flow of weapons in Ukraine, officials say, in etwa übersetzt mit Kommando-Netzwerk koordiniert laut Insidern Waffenlieferungen in der Ukraine. Informieren uns anonyme westliche Insider durch ihr Sprachrohr New York Times über Folgendes, Zitat. Im Zuge des zermürbenden Vorstoßes der russischen Truppen mit dem Ziel, die Ostukraine einzunehmen, hängt die Fähigkeit der Ukraine, dem Angriff zu trotzen, mehr denn je von der Hilfe der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten ab. Inklusive eines geheimen Netzwerkes von Kommandos und Spionen, die eilfertig Waffen, Geheimdienstinformationen und Ausbildung bereitstellen, wie es von Seiten US- und europäischer Beamten heißt. Diese Arbeit wird vor allem außerhalb der Ukraine geleistet. Auf Basen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zum Beispiel. Doch obwohl die beiden Administrationen erklärt hat, dass sie keine amerikanischen Truppen in die Ukraine entsenden will, operieren CIA-Mitarbeiter dort weiterhin heimlich. Vor allem in der Hauptstadt Kiew und steuern einen Großteil der riesigen Mengen an Geheimdienstinformationen, welche die USA mit den ukrainischen Streitkräften teilt, sagen aktuelle ehemalige Beamte. Zugleich waren einige Dutzend Kommandoeinheiten aus anderen NATO-Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen, auch in der Ukraine selbst aktiv, Zitat Ende. Die Enthüllung, dass CIA- und US-Spezialeinheiten Militäroperationen in der Ukraine durchführen, offenbart die Lüge der beiden Administrationen, die zu Beginn des Krieges betonte, dass kein amerikanischer Soldat einen Fuß auf ukrainischem Boden setzen werde. Und dass eingeräumt wird, dass NATO-Kräfte in Operationen gegen eine atomare Supermacht so verwickelt sind, bedeutet, dass wir einem nuklearen Schlagabtausch näher sind, als es uns recht sein sollte. Diese Nachricht sollte niemanden überraschen, der weiß, wie das US-Geheimdienstkartell für gewöhnlich agiert. Interessanterweise widerspricht es aber dem, was uns dieselbe New York Times vor nicht einmal drei Wochen mitgeteilt hat. Anfang Juni ließen sie uns wissen, Zitat, Und weiter Zitat Moon of Alabama vertrat damals die Theorie, Warum also erzählen sie uns all das jetzt? Nun, es könnte sein, dass wir dazu gebracht werden sollen, zu akzeptieren, dass die USA und ihre Alliierten in der Ukraine zunehmend direkt involviert sind. Kürzlich tweetete Daniel Larrison von Antiwar, Zitat, Falken im April, nennt das keinen Stellvertreterkrieg, Falken im Mai, natürlich ist das ein Stellvertreterkrieg, Falken im Juni, es ist nicht deren Krieg, es ist unser Krieg, Zitat Ende. Genau so ist es abgelaufen. Im April sagte Präsident Joe Biden der Presse noch, dass die Vorstellung nicht zutreffe, dass es ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland sei. Und Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, Zitat, es ist keiner, das ist eindeutig der Kampf der Ukraine, Zitat Ende. Die Mainstream-Medien frameten diese Behauptung immer noch als bloßen Vorwurf der russischen Regierung. Und die Kommunikationsagenten des Imperiums wiesen regelmäßig jeden zurecht, der diesen Begriff verwendete, weil das ja den Ukrainern ihre Handlungsmacht abspreche. Dann kam der Mai. Und plötzlich ließ uns der New Yorker unmissverständlich wissen, dass sich die USA in einem richtigen Stellvertreterkrieg mit Russland befänden. Und außenpolitische Falken wie der US-Republikaner Seth Moulton sagte Dinge wie, Zitat, wir sind nicht nur im Krieg, um die Ukrainer zu unterstützen. Wir sind grundsätzlich im Krieg, wenn auch in einer Art Stellvertreterkrieg mit Russland. Und es ist wichtig, dass wir gewinnen, Zitat Ende. Und jetzt, im Juni, stellen sich Kriegsfalken wie Max Boot in aller Öffentlichkeit hin und sagen, dass das eigentlich Amerikas Krieg sei und es deshalb wichtig sei, dass die USA ihn drastisch eskalieren, um den Russen vernichtende Verluste beizubringen. Die zuvor undenkbare Vorstellung, dass die USA sich mit Russland im Krieg befinden, wurde also allmählich normalisiert. Man erhitzte das Wasser so allmählich, dass der Frosch nicht merkt, dass er bei lebendigem Leib gekocht wird. Wenn diese Vorstellung erstmal ausreichend normal wirkt, wird sich die öffentliche Zustimmung für weitere Eskalationen schon einstellen. Selbst wenn diese Eskalationen vollkommen geisteskrank sind. Beispiel, dass dadurch ein Prozess der Selbstreflexion bei Ihnen in Gang kommen wird. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.